Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12089 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nur noch eine einzige Prüfung, dann ist mein Studium abgeschlossen. Nur noch eine einzige Prüfung, dann ist mein Studium abgeschlossen. Endlich ist es soweit. Wir ziehen alle zusammen in dieses große Haus. Endlich ist es soweit. Wir ziehen alle zusammen in dieses große Haus. Endlich ist es soweit. Wir ziehen alle zusammen in dieses große Haus. Ich mache meine Hausaufgaben zu Hause auf meinem Laptop. Ich mache meine Hausaufgaben zu Hause auf meinem Laptop. Ich mache meine Hausaufgaben zu Hause auf meinem Laptop. Die Sitzung beginnt in Kürze. Es fehlen nur noch zwei Teilnehmer. Darf ich die Flasche öffnen und mir ein Glas Apfelsaft eingießen? Darf ich die Flasche öffnen und mir ein Glas Apfelsaft eingießen? Darf ich die Flasche öffnen und mir ein Glas Apfelsaft eingießen? Ich sollte wirklich mit dem Rauchen aufhören, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich sollte wirklich mit dem Rauchen aufhören, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich sollte wirklich mit dem Rauchen aufhören, aber ich schaffe es einfach nicht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.